Im Leben kann einer der herbesten Rückschläge sein, dass man, wenn man mit jemandem, mit dem man sehr, sehr viel Zeit verbracht hat und von dem man geglaubt hat, dass er einem was bedeutet, dass wenn irgendwann der Moment kommt, wo es drauf ankommt und wo man sagt, hey, hier bin ich, jetzt ist es, jetzt geht es mir nicht so gut, hier bin ich und dann ist er nicht mehr da. Man hat immer geglaubt, dass man vielleicht für den anderen was Besonderes ist und irgendwann merkt man, okay, vielleicht war das nur die Hoffnung und vielleicht war das nur der Wunsch, dass man dem anderen so viel bedeutet und dann merkt man, dass es nicht so ist und dann tut das vielleicht sehr, sehr weh. Wie soll ein Mensch das ertragen? Könnte ich einen einzigen Tag nur In deinem Leben dir gefallen Und dann ein einziges Mal nur In deine Augen mal zu fallen Fall, 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 fall Wie soll ein Mensch das ertragen Dich alle Tage zu sehen Ohne es einmal zu wagen Dir in die Augen zu sehen Werf dich Werf dich In dir in meiner Schritte Ich führe dich Wohin du willst Ich fühle dich Weitere dich